Guten Abend meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zum Forex am Abend, Ihrem persönlichen Markt aus und Rückblick. Mein Name ist Dennis Gürtler und wir haben Freitag, den 25.09.2015, 19.24 Uhr ist es ganz genau. Wir blicken auf einen ruhigen Handelstag zurück. Der Forex-Bereich zeigt sich durchaus sehr volatilitätsarm. Also so wirklich bewegt hat sich heute nur British Fund Australisch Dollar, Euro NZD und British Fund NZD. Der Rest der betrachteten 25 Währungspaare blieb so im Bereich von plus 50 bis minus 80 Pips. Da kam nicht nennenswert Volatilität auf. Im DAX muss man ganz klar sagen oder beziehungsweise wenn wir von den Indizes sprechen, haben wir heute eher einen positiven Wochenausklang erlebt. Nachdem der DAX hier gestern fast das Jahrestief angetestet hat und sich dann hier im Bereich von 9.500 Punkten in den Donnerstagabend verabschieden konnte, starteten wir heute ein wenig bullischer, schlugen diese Richtung dann ein und letztendlich blieb es dann auch dabei. Der DAX war mehrheitlich hier nur noch long. Nach dem überverkauften Status des gestrigen Tages. Es endet zwar nichts an der Sache, dass wir hier weiterhin vor wichtigen Widerstandsmarken sind, aber zumindest hat er sich hier erholen können. Dass wir momentan an starken Widerständen sind, das sieht man beispielsweise am Eurostox. Da wird es in der nächsten Woche sehr, sehr interessant zu sehen sein, wie dann hier, falls der Eurostox noch ansteigen kann, aber davon ist zumindest jetzt noch auszugehen, wie er hier dann im Bereich der 3.145er Marke sich verhalten wird. Das wäre so ein Short-Level, wo ich bereit wäre, hier den Markt zu verkaufen. Aber wir sind noch zu weit weg. Aktuell pendelt er sich so ein bisschen am 61.8er Retracement ein. Aber den letzten Schub in den Bereich des 76ers, der fehlt hier noch. Und den will ich eben sehen, damit ich hier oben zumindest mal eine Short-Position aufbauen kann. Ansonsten muss man sagen, KAK 40, ja, Durchbruch, dann kam das Pullback und jetzt wäre eigentlich der Short. Wäre nicht Freitagabend, wäre das eigentlich eine schöne Einstiegsmarke für eine Short-Positionierung. Aber nun gut, die Woche endet also, gerade hier kann man es vielleicht nochmal sehen, bärisch, aber durchaus mit Schatten nach unten. Das darf man nicht verachten. Und von daher bin ich jetzt auf der Lauer nach kurzfristigen Short-Optionen. Aber man muss natürlich auch damit rechnen, dass er hier direkt durchbricht. Warum? Naja, das hängt jetzt am Dow Jones. Da war ich heute Short, beziehungsweise ich bin immer noch Short, aber er bewegt sich eigentlich kaum. Das muss man ganz klar sagen. Das war heute mehr oder weniger so ein ganz, ganz schlechter Tag heute von mir. Also da hat sich nicht viel getan. Ich bin zwar relativ gut oben Short gegangen hier bei 16.450 sogar ganz genau. Oder es ist 48,5, also fast am Hoch. Das war hier die H4-Trendlinie der letzten Tiefs, H4 EMA 100. Aber man muss ganz klar sagen, da fehlte komplett letztendlich das Short-Momentum. Der ist zwar kurzzeitig dann mal hier eingebrochen. Gehen wir mal schnell wieder auf den Candlestick-Chart. Er ist zwar hier kurz um 100 Punkte eingebrochen, erholte sich dann aber deutlich stärker. Es war vermutlich ein Fehler, hier nicht mitzunehmen. Jetzt bin ich hier noch 20 Pünktchen, 21 Pünktchen im Gewinn oder was. Stabilisierte sich immer wieder hier an der H4 EMA 50 plus dem letzten Hoch. Also ich hatte mir da wesentlich mehr erwartet an Short-Bewegung. Aber der Markt machte keinerlei Anstalten. Und damit ist, wenn wir uns das Ganze mal hier aus dem H4-Chart begutachten, eigentlich der Dome mehr oder weniger jetzt auch seitwärts. Wäre er ja heute massiv nach unten abgeprallt, hätte man davon ausgehen können, dass hier der nächste Short klar unter der 16.000er-Marke kommt. Aber in der jetzigen Situation, so wie wir jetzt stehen, ist es natürlich noch abhängig davon, wo der Dow Jones jetzt schließen wird. Aktuell hat er ein ganz leicht bärisches Momentum. Aber er pendelt jetzt hier mehr oder weniger an dieser Trendlinie mitten in der Seitwärtsphase. Da wurde ich eigentlich mehr oder weniger überrascht von der fehlenden Volatilität. Und wenn Volatilität da war, war sie eher bullish. Das heißt, ich war heute Mehrheit, also eigentlich auf der falschen Seite. Klar ist der Trade so gesehen noch im Gewinn. Aber ich gehe nicht davon aus, dass sich da heute Abend großartig was tun wird. Von daher muss der Trade dann so oder so geschlossen werden, je nachdem, was er halt jetzt macht. Wenn er mir hier ein neues Hoch reinsetzt, dann werde ich da ausgestoppt. Und ansonsten bleibt mehr oder weniger nur die absolute neutrale Haltung erstmal für das Wochenende. Wir werden am Montag dann schauen, wie es da weitergeht. Wenn ich einen konkreten Plan habe, dann ist es maßgeblich für den DAX. So, weil der DAX hier durchaus einiges an Stabilisierungsmöglichkeiten hat. Und dann werde ich mir das hier nochmal anschauen. Nächste Woche 9786. Aber momentan würde ich da jetzt weder eine Long noch eine Short-Position aufbauen. Die, die aufgebaut wurde, wird heute aus dem Markt genommen. Und damit ist gut. Ansonsten habe ich heute nicht viel getradet. Ich hoffe, Sie waren da erfolgreicher als ich. Ansonsten muss man klar sagen, wenn jetzt der Dow Jones noch einbrechen würde, wäre gut, aber damit ist nicht zu rechnen. Also das Marktmuster ist hier bullisch, zumindest jetzt erstmal. Und es wäre jetzt überraschend, wenn der Trade noch um 19, 29 irgendwie nennenswert in den Gewinnbereich laufen würde. Halb so wild. Ich meine, 20 Punkte sind 20 Punkte. Aber es war halt eben auch nicht ein Sternstundentag. Das muss man mal hier auch klar sagen. Was habe ich sonst noch für Trading-Setups im Forex-Bereich? Ja, US-Dollar, Schweizer Franken hat hier keinen wirklichen Ausbruch hingelegt. Testete das Vorwochenhoch, Vortages-Schlussniveau an. Aber da fehlte es letztendlich an Momentum. Da fehlte überall an Momentum. Also das Einzige, was jetzt wirklich interessant war, British Fund NZD. Der ist eingebrochen. Ja, aber das war auch schwierig zu traden, zumindest für meine Verhältnisse. Den habe ich nicht mitmachen können. Somit bleibt am Ende nur US-Dollar, Schweizer Franken long übrig. Hier 0,9840er Marke. Er muss halt hier drüber ansteigen. Und wenn er das macht, dann wäre ich auch bereit, ihn zu kaufen. Aber so, wie er jetzt hier momentan mitten in der Seitwärtsphase rumpendelt, da kann er auch noch mal nach unten fallen. Also das ist nicht das nennenswerte Ereignis hier, muss man klar sagen. Euro, US-Dollar, nächster Problemkandidat. Ich meine, auf dem M30-Chart muss man hier auch sagen, klar haben wir immer mal wieder kleinere Trendphasen. Aber so aus dem H1 heraus schiebt sich der so mittelmäßig seitwärts hier so knappe 200 Pips. Aber so wirkliche Impulse kommen da nicht aus. Im H4 sieht man deutlich, schwierig aktuell zu handeln. Kein wirklicher Trend vorhanden. Und das macht das Ganze natürlich so ein bisschen abgehackt in beide Richtungen. Nächste Woche vermutlich eher long ab 1,1327. Wobei, da müssen wir auch passen, da kommt irgendwann doch die Tages-EMA 200. So, genau, das ist eben hier das Problempotenzial. Selbst wenn er noch mal ansteigen könnte, darauf wollte ich hinaus, dann kommen hier immer noch gleitende Durchschnitte, die nicht zu verachten sind. Also mehr oder weniger wäre der Euro-US-Dollar für mich eher short ab 1,1092. Ja, also es sah kurzzeitig zwar etwas long aus, aber man muss sagen, hier trendlose Phase, Euro-US-Dollar, nichts wirklich Interessantes. Der Einzige, der, oder der Forex, im Forex-Bereich der Einzige, wo was ansatzweise anständig lief, das war hier US-Dollar, Japanisch Yen. Der hat das natürlich auch rausgezögert. Ich meine, hier unten der Test der 119,50er Marke, da konnte man kurz long gehen. Das hatten wir ja auch hier besprochen, Stop unter diesem letzten Tief und dann war gut. So, jetzt ist es natürlich an der Zeit oder natürlich wieder die nächste Option ist hier die 121,30. Kommt da ein Ausbruch, dann, und wir sehen schon einen leichten Ausbruch. Dann haben wir hier auch die wichtige H4 EMA 200 gebrochen. Ich benutze da ganz gerne als Filter noch die 250er. Warum? Weil man kann sich ja auch fragen, sie haben die blaue 200er und warum nochmal die rote oben drüber? Das ist eine Art Filter, weil er ganz gerne mal über die 200er drüber schießt, aber letztendlich dann doch nicht das finale Signal damit entsteht. Und damit ich so gesehen von diesen leichten Spikes nicht erwischt werde, hier diese, habe ich die einfach noch drin. Man kann das natürlich auch mit verschiedenen Methoden machen. Ich glaube, da habe ich die EMA-Bänder drin. Genau, man kann das auch mit Bändern machen. Das heißt, man nimmt sich die 200er EMA und lässt sie auf Schlusskurs hoch und tief berechnen. So, und dann kriegt man eben hier durchaus eine Bandsituation. Ich habe das jetzt mal beispielsweise für die SMA gemacht und für die EMA und man sieht deutlich hier, wie dieses Band an diesem Punkt kumuliert oder aufeinanderprallt. Und da muss man dann eben immer sagen, okay, erst wenn er das Band tatsächlich dann auch ausgehebelt hat, ist er weiter long, weil so ist das Ganze zwar ein erstes Indiz dafür, das ist schön und gut, aber letztendlich will man ja nicht das Risiko eingehen, tatsächlich von dem Band dann runtergedrückt zu werden. Und dann passiert das, was man nicht haben will. Man ist am Top Long, das Ding korrigiert richtig heftig nach unten und man steht da. Das ist nicht förderlich und von daher sage ich, wenn überhaupt Long ab 121,42. Ja, ansonsten war es ein bisschen komischer Markt für meine Verhältnisse, beispielsweise britisch Fund, Schweizer Franken, das war ja ein Zustand hier, pendelte long, ständiger Richtungswechsel und das ist so ein mehr oder weniger so ein Stellvertreter für die heutige Marktsituation. Es ging eigentlich in den Indizes nur so ein bisschen long, dann tat sich eigentlich gar nichts mehr und im Forex-Bereich war nur gerade so der NZD interessant, weil der NZD sich ganz gut stabilisieren konnte. Ansonsten war es das heute auch schon. Naja gut, ich werde schauen, was sich da aus meinem Trade noch ergibt. Entweder Stop Loss oder halt dann Mitnahme, weil spätestens dann um 22 Uhr ist der Dow Jones zu und da will ich ja dann auch letztendlich nicht übers Wochenende halten. In diesem Sinne, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir werden am Montag die Situation neu bewerten müssen und bis dahin sage ich, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Good Trades, ein schönes Wochenende und wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen.